Hörmannsederbau mit Sitz in Haag am Hausrugg. 1986 von Josef Hörmannseder gegründet ist das Familienunternehmen heute als Komplettanbieter der Ansprechpartner für ihr Bauvorhaben. Nicht nur als Generalunternehmen, sondern auch bei Bauelementen, im Holzbau, bei Dachdecker und Spenglerarbeiten, im Glasbau und jetzt auch bei Wintergierten. Bei den Wintergartenbauern ist alles aus einer Hand, gefertigt am Standort in Haag am Hausrugg. Der große Vorteil an dem Ganzen ist, dass wir alle beiden Betriebe relativ nah beieinander haben, dass einfach die ganzen Gewerke ineinander greifen und da ist unser Vorteil, dass wir das alles intern abklären können. Der Kunde muss nur mit einem Bauleiter von uns seine Wünsche abklären und die ganzen Detailklärungen erfolgen intern im Haus und durch das hat man eine relativ schöne Abwicklung. Egal ob Saison-Wintergarten oder Wohn-Wintergarten. Wie es ein Gebäude um einen Wintergarten ergänzt, schafft sich zahlreiche Vorteile, die fortan das Leben in den eigenen vier Wänden angenehmer machen und um eine komfortable Facette ergänzen. Der Wintergarten selber hat einen ganz großen Vorteil, weil ich ihn ganzjährig nutzen kann. Ich kann mir eigentlich wünschen, was ich will. Ich kann einen warmen Wohn-Wintergarten machen, ich kann einen normalen, kalten Wintergarten machen. Das heißt, ich habe einfach nur meinen Freibereich überdacht, was ich nicht hart kann. Ich kann wählen zwischen einem einfachen Terrassendach, wo ich später mal sage, ich mache in zwei, drei Jahren vielleicht einmal die Schiebelemente dazu. Ich kann ein Flachdach machen, wo ich das adaptieren kann. Bei uns bei den Wintergartenbauern gibt es auch Lamellendächer aus Alu. Die Lamellendächer haben einen Vorteil, dass ich eben oben aufmachen kann das Dach. Ich kann es im Sommer öffnen, kann es im Winter geschlossen lassen. Und wir haben ein Sonnensegel und mit dieser ganzen Produktpalette können wir eigentlich auf jeden Kundenwunsch speziell eingehen und es gibt nichts, was wir nicht weggehen können. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Zubehör. Ja, wir haben nur die Fensterelemente bei uns, also eine eigene Sparte nur für Fensterbau. Die haben wir auch eine Innentür im Angebot, haben auch eine Tischler, die dann Fußböden machen, was auch wieder für Wintergärten wichtig ist, weil wir auch die ganzen Fußbodenaufbauten machen für die Wintergärten speziell. Wir haben auch Sektionaltöre für den Einfamilienhausbau und Industriebau. Und bei uns ist es egal, welcher Hersteller das ist, für Fenster, Tore oder Innentüren. Wir können von jedem Hersteller das Produkt abwickeln und die Detaile speziell dafür lösen. Die Wintergartenbauer mit Leidenschaft zum Handwerk. Der Wintergartenbauer mit Leidenschaft. Der Wintergartenbauer mit Leidenschaft. Vielen Dank.